Damit würde ich sagen, wir können anmoderieren. Wer macht die Anmoderation? Der, der sie immer macht? Also, ich... Alter! Ich hab ein Denkenswort. Dann modere ich an, komm. Mach's ich. Ja, mach doch! Okay, also. Yo, Leute! Und herzlich willkommen zu Trouble & Terrorist Hopp. Alles klar, fängt schon mal gut an. Fuck, ich habe überlebt und gewacht. Ich sehe schon, es wird eine überaus interessante Folge. Hi, Chris. Wally. Hi. Ja. Also, bei mir ist es auf jeden Fall mal eine weitere Folge. Ich weiß nicht, Reion, lest du die alten Folgen noch hoch? Ui! Was? Lest du bei dir die alten Folgen noch hoch? What? Wow! Wer war Traitor? Ja, gut. Ich habe zehn Rollen pro Folge. Könnte zu kurz sein, glaube ich. Ja, die Leitern, ja. Na, die Leitern, ja. Bei der Leiter, beim Runterklettern von da oben empfehle ich euch, nicht auf die Seite, wo die Leiter ist, sondern dahinter, und springt so an die Leiter ran. Ich kenne mich aus. Das ist wie eine Minekraft. Ja, genau, Minekraft. Hier sind die Blöcke so komisch. Ich bin das voll realistisch hier. Das ist Fake Minekraft. Ach, was? Das ist ja nur, das ist ja nur. Ich bin mit you und mir alleine. Achtung! Ich weiß nicht, was ich von der Situation verheißen soll. Ja, ich auch nicht. Ich bin alleine. Wenn mich jemand tötet, war es dann eher. Ah, alles klar. Ich habe mich einfach mal bedeckt und guck. Okay, ich sehe Jumi schon wieder. Okay, ich sehe Jumi schon wieder, ich sehe Jumi schon wieder, ich sehe Jumi schon wieder. Okay, ich sehe Jumi schon wieder, ich sehe Jumi schon wieder, ich sehe Jumi schon wieder. Ich komme hier nicht mehr weg. Ich bin stark. Verkackt. Oh, dann bist du im blauen, ne im grünen Ballon. Und ich habe da mitten durch diese Lokomotive gejagt. Oh, was ist das? Oh, was ist das? ich sag mal nicht dazu dreckiger camper ja was soll ich machen ich bin durch den traitor raum da hingekommen und dann kommt aber nicht mehr weg wenn man dort ist schon woanders dann hätte ich vielleicht machen soll hätte ich nicht schießen ich gehe mal kurz ein traiter shop pst 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 Jeremy verfügt mich Jeremy was machst du da ist das dein ducken wie geil du fährst einfach nur deinen Kopf ein ich seh das ne also doch du fährst einfach nur seinen Kopf runter du wüchst dich gar nicht das sieht so geil aus mach mal ganz schnell hintereinander duck dich mal ganz oft so ich auch schon ne ich hab doch keine animation das sieht so geil aus als würdest du dancen geh weg aus dem weg ah oh hi ha 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 Wally ist da unten ganz alleine wahrscheinlich gerade im trader shop genau ne Wally ist hier rum das ist der widescreen ok jetzt mal TTT wie komm ich hier hoch couch jump ne couch jump ja aber du und sherem ihr habt kleinere charaktere das heißt ihr seid auch kleider und könnt deswegen nicht zu hoch springen das heißt manchmal kommst du die lange Gurke wo ihr nicht drauf kommt die Gurke ist zwar größer ok gut da wurde die Traitorfalle grad nicht aktiviert ich bin nicht gut ich bin auch kein Trader zu cool wenn du da drin stehst oh mein gott gut gemacht also ich war's nicht ich sag mal nichts dazu wer lebt alles noch ähm ich hab hier keine Brücken mehr ja ich geh dabei Campen tschööööb wer lebt noch jw jeremy und chris ist tot alle glücklich ich Campe jetzt heh eh Warum lebst du noch, Chris? Chris lebt doch gar nicht. Das ist eine Lüge. Schau doch mal. Das ist eine dreckige Lüge. Wie geil. Ich entrecke gerade ganz TTT neu. Irgendwer hat nur noch 3 Minuten Zeit, ne? Jeremy, lebst du noch? Jeremy? Bist du bei ihm? Jeremy ist tot. Jumi? Ne, die sind beide noch am Leben. Schau doch mal. Ne, das ist eine Lüge. Ich warte ein bisschen, was zu mir kommt und sie stirbt. Warte einfach. Chris, ich wollte es ja nicht. Ja, vor allem, ich lebe noch. Hä? Alle haben zugesehen, wie ich geschwommen bin. Ja, alle bist dort nach oben gestanden. Kleiner Disclaimer. Wie öffnet man Traitor-Shop? Sie. Sie. Geil, das ist wieder die nächste Tasse gewesen. Ich habe lange kein TTT mehr gespielt. Chris? Hi. Chris, geh weg. Ich mag keine Gurken. Echt? Kleiner Fremdeck, ne? Jeremy. Wally. 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 Was? Was haben wir bekommen? Das war lieb. Was steht denn hier? Mates by Chicken. Das wurde von Hintchen gemacht. Jummi ist tot, habe ich gehört. Jeremy auch. Chris hat sie umgebracht, weil Jeremy war gerade bei mir. Das heißt, ich sollte mich nicht Oberdeck aufhalten. Ich gehe wieder runter. Ich versuch's zumindest. Was ne blöde Idee ist gerade. Ich hoffe, du lebst gleich. Jeremy, lebst du denn noch? Nein. Chris lebt anscheinend noch, weil er sagt nix. So, Asi, ist er. Ich snap da wieder der Dully. Chris, halt. Wie geht's dir so? Alles gut? Ich bin so ein Idiot. Ich bin durch ein Portal gelaufen. Das stimmt. Im Trader-Shop. Und weißt du, wo ich jetzt gelandet bin? Wieder an einem. Und ich hab keinen Tee-Deporter. Wo bist du denn, mein Schein? Also, ich hab die Zeit, ne Chris? Weißt ja. Genji gibt's auch noch. Aber er sagt nix. Uiuiuiui. Dieser Dulli. Ich sag nur, du wärst von tot. Jetzt ist er tot. Nee, gleich. Er ist mir death. Oh, und da ist der Rayon. Scheiße, ich muss nachladen. Nein, ich bin nicht hier. Hi Jeremy. Nein, fu- Fuck. Nein! Ja! Oh Gott! Ich glaub, das wird ne Traitor-Folge. Kann das sein? Ahhhh. Ich mach... Ich bin halt so richtig... Oh mein Gott! Diese Leiter da. Diese Leiter in dem Spiel. Hier sind keine Waffen. Die sind alle drin. Und unten. Ach, okay! Achtung, Incendiary! Nice. Ich bin Innozentner. Wie war das jetzt? Team Crunch für Arme? Natürlich! Oh, was ist das denn? Guck mir tief in die Augen, Wally. In meine Seine. Oh! Peace! Hey! Peace! Ich hab 23 Leben, Jeremy! Du hast dich angeschossen. Darf ich aber! Du nicht! Warum hat Wally eigentlich Blut? Ne Ernsthaft? Wally, darf ich dich töten? Das blöde ist, bei mir weiß man nie, ob ich Traitor bin, weil ich bin immer so psychopathisch veranlag. Hallo! Du hast 23 Leben, Jeremy, danke! Hi Jeremy! Also ich bin mit Jeremy hier alleine, ne? Das ist... Die Sterbe ist 3 Jahren. Wo seid ihr denn? Wir waren gerade in der blauen Blase. Ahhhh, das ist klar. Wer ist denn 3 da? Hä? Alles klar. Okay, irgendjemand hat das genommen oder das? Blech. Ah! Hier. Dummi oder Chris? Ich hab nur noch 10 Leben. Ich hab nur noch 10 Leben. Camper! Zeig, Boss! Dreckiger Camper! Ja! Ja! Ja gut! Wird irgendwie der Traitor folgen, glaub ich. Was? Das ist schon rum? Das waren auch niemals 10 Folgen. Oder 10 Folgen vor allem. 10 Runden. Ja, wir haben auch nicht... Wir haben auch 2 Runden, glaub ich, übersprungen. Ja gut! Egal, was Titanic ist, glaub ich, verbuggt. Grafisch Slender wissen wir schonmal, dass das geht. Rooftops! Nether! Rooftops ist Grafik-Bug. Rooftops ist Grafik-Bug. Du bist ein Grafik-Bug. Minecraft-City würde noch gehen. Minecraft-City würde noch gehen. Was würde gehen? Okay, jetzt ist Slender. Nein, nicht Slender! Ja! Ja!